Wir schauen auf die Corona-Lage. Bei der 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen zeichnet sich ein leichter Trend nach oben ab. Seit gestern hat das Robert-Koch-Institut 8.517 positive Tests registriert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 64,4. Keine Angaben gibt es zur Zahl der neu im Krankenhaus aufgenommenen Corona-Patienten. Die Zahl der Toten gibt die Behörde mit 66 an. Über 53,6 Mio. Menschen sind inzwischen 2-mal geimpft worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017